Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Stranded Deep. Eigentlich wollte ich ja jetzt ausmachen, aber ich habe mir gerade sowas überlegt und habe vielleicht gerade Bock drauf. Ich möchte mein Haus tatsächlich größer bauen und habe schon mal diese zwei Plattformen wieder hingebaut. Jetzt kommt hier eine Treppe nach oben und bin ich mal spannend. Ah ne, was brauche ich denn dafür für eine Treppe? Noch ein Seil, stimmt. Und ja, das wird wahrscheinlich, das werde ich wahrscheinlich zusammenschneiden, dieses Video hier. Nicht Stoff, nicht Seil. Seile sind vorne, oder? Tasche, Bandage, Labelmaker, Fernglas. Ich glaube ja. Es wird schon wieder dunkler, obwohl ich eigentlich gerade eben gar nichts lange gemacht habe. Aber gut. Seil? Spear Gun. Oh. Ich nehme mal ein Essfleisch mit. Blätter? Palmenblätter? Äh. Leder? Seil? Oh, ich weiß gerade gar nicht. Verdammt. Oh ne, bling. So einfach. Ich weiß es gerade echt nicht. Wo ich das haben könnte, ist eh nix. Na, noch ein paar Lämpchen fehlen auf jeden Fall. Gerade für hier. Hoi. Ja, gerade für hier. Ist natürlich nicht so schön. Äh. Ne? Ja. Ich wollte gerade sagen, ist das jetzt überhaupt richtig? Äh. Hä? Äh. Jetzt brauche ich wieder. Drei Stiegis. Äh. Muss ich kaputt machen. Hä? Jetzt. Okay, das tut mir leid, dass ich das hiermit mache. Aber ich muss auch schon ein bisschen jetzt wegen Steine achten, leider Gottes. Weil ich da echt keinen Nerv drauf habe, dass das irgendwann gar nicht mehr funktioniert. Weil ich dann halt auch gar keine Steine mehr habe. Ah ja. 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 Perfekt. Zack, 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 zack. Kling. Geil. So ist... Okay, ist ein Fenster. Oh, nee. Gott sei Dank. Das war echt geil platziert. So könnte man sogar noch aufs Dach. Könnte man vielleicht auch noch eine Etage höher machen. Nice. Und die Treppe stört halt überhaupt nicht, weil sie draußen ist und nicht drinnen. Was halt bedeutet... Ich hätte es vielleicht von Anfang an mal draußen machen sollen, also die Treppen. Was natürlich echt geil wäre, weil von innen wirkt es dadurch noch größer und noch schöner. Ah, naja, gut. Wie ich das hier genau weiter gleich oder noch mache... Muss ich gestehen, weiß ich gerade gar nicht. Ich hätte aber jetzt Bock drauf und ich wollte euch trotzdem mitnehmen. Und ja. Komm, jetzt habe ich... Jetzt fehlen mir zwei. Einmal komplett voll. Safe, auch wenn du komplett leer hast. Das macht komplett voll. Aber was ich noch gemacht habe, ist hier alles geerntet. Das war hier alles voll. Ja, ne, flieg ruhig, ja, ist okay. Ja, flieg ruhig, ja, nö, ist, ja. Ist, ist, ist okay. Ist, 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 okay. Ich hätte vielleicht mal zuhauen können. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Ob man da überhaupt was bekommt, aber... Ja, was ich unbedingt noch mal möchte, ist auf jeden Fall ein richtig, richtig hohen Turm. Der Turm, wie müsste der denn sein? Reicht da einfach? Gibt es, gibt es Leitern oder nur Treppen? Es gibt tatsächlich nicht nur Treppen, keine Leitern. Das wollte ich schon immer mal machen. Ich war mir nur, bis jetzt, immer noch nicht, nicht sicher, ob ich das hier drauf bauen soll. Oder lieber doch, keine Ahnung. Irgendwo anders halt. In der Mitte oder wo auch immer. Ich möchte einfach mal nach oben bauen. Am liebsten auch, soweit es geht. Aber... hinterher, dass hier mein... Ich würde es euch sagen, mein Real-Life-Service... Ja, was ist Real-Life-Service? Ich weiß schon, was ich meine. Möchte ich das eigentlich jetzt auch nicht... Verplempern, alle, die Ressourcen. Aber... Hm. Wenn ihr sowas sehen wollt, schreibt das mal wirklich gerne in die Kommentare. Dann würde ich das machen. Aber für mich jetzt so, würde ich das halt... Auf irgendeinen anderen... Da würde ich mir halt den Speicherstand nochmal holen und machen. Ach Quatsch. Ich muss ja wieder reinpacken und meine Kisten holen. Ui, siebenmal, oder? Hä? Zehn? Tatsächlich? Nee, okay, nee, das ist... Das ist dumm. Das ist zu dolle. Das ist zu dolle. Dann nehme ich lieber doch... Da... Da muss ich drauf tun. Das ist doch auch nervig. Ich finde krass, dass die auch dieses Damage speichern. Schau mal, für sehr lange Zeit. Ja, immer drei Schläge und manche brauchen zwei. Da zum Beispiel der. Und der braucht wieder drei. Das ist krass. Ich denke... Ich denke mal, so wie ich mich kenne, werde ich das sowieso einfach mal machen. Hier so einen riesen Turm bauen. Vielleicht auch nicht hier drauf. Auf dieses Gebäude hier. Oder auf dieser Insel vielleicht auch nicht. Aber ich hätte trotzdem mal echt Bock drauf. Das wäre eigentlich schon cool hier. Genau in die Mitte hier so ein... Ich bräuchte schon Vierer. Vierer ist schon ziemlich dolle. Das ist echt schon ziemlich dolle. Na, mal gucken. Mal gucken. Oh, herrlich. Ich muss gestehen... Wie geht das denn? Ich muss gestehen, ich feier das schon ein bisschen. Ich würde auch gerne ein bisschen höher, dass wir über den Bäumen sind. Also wahrscheinlich doch noch mal ein, zwei Stockwerke höher. Äh. Oh, ist eigentlich nichts zum Hauen dabei. Egal. Haben die Viehscher Glück gehabt. Oh. Ach ja, ich kann ja ganz viele mitnehmen. Geil. Okay. Halt. Ja, schön. Ich finde es auch geil, dass unsere Insel jetzt am Rennen der Karte ist. Finde ich echt. Das feiere ich total. Oh je, jetzt muss ich nach unten gucken. Zweimal zu ne Wand. Zu ne Wand. Okay. Okay. Zu Fenster und Fenster direkt. Hier zu? Äh. Ja doch. Zu, zu Fenster, zu, zu. Seht ihr? Wie unglaublich schnell das hier weg geht. Das ist ja Wahnsinn. Nicht mal ein Stockwerk fertig und das komplette Zeug der Unterstelle ist wieder weg. Alter Schwede. Also zu, 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 Fenster, zu, zu. Soll halt von unten halt gleichmäßig. Gleichmäßig aussehen. Ernsthaft jetzt? Holy moly. Alles weg. Ah ja. Jetzt kann ich doch den nehmen. Ah ja, okay. War doof, dass ich doch damit zugeschlagen habe. Weil die fressen ja wie nichts. Oh. Wie, man geht nur zwei zurück? Nee, da. Okay, drei kostet es glaube ich auch. Also ist das alles okay. Kann ich mal ganz kurz gucken. Tür drei, ne? Ah, Fenster. Fenster da. Fenster. Ja genau, Fenster drei. Also alles gut. Hier lasse ich erstmal nochmal auf. Hier. Weil ich da absolut keine Ahnung habe, was ich da mache. Vier. Fünf. Oh, der Hammer müsste den Augenblick kaputt gehen. Ich glaube, die Etage kriege ich damit ohnehin. Ich glaube, der hat nur fünf Prozent gehabt. Vier. Fünf. Ah, das zieht ja immer Mitte. Keine Ahnung warum. Keine Ahnung. Auch wie bei den Bäumen. Wird der wieder geil, der Hammer jetzt noch? Okay, das hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Huh. Okay, ich dachte, ich falle jetzt gleich runter. Der Hammer hat fünfze... Okay, da habe ich mich verguckt. Äh. Cool. Okay, ich mache hier halbe Wände. Ja, ich mache halbe Wände. Das ist okay. Nee, halbe. Da. Drei. Theoretisch finde ich cool, dass die auch noch, äh... So Halter haben, die auch lang sind, damit man oben wieder was raufbauen kann. Aber auch gleichzeitig finde ich es ein bisschen schade, dass die... Dass die da sind, weil so versperrt es ja doch irgendwie die Aussicht. Aber, naja, ist ja okay. Alles gut. Oh, das war's mit Holz. Oh, das ist heftig. Oh. Holz haben wir jetzt kaputt. Okay. Na. Boah. Wie viel Holz wir jetzt hier verballert haben. Junge, Junge. Hier lag alles voll mit Holz. Boah. Ich hole mal ganz kurz für hier oben einen Hammer. Ah, nee. Nee. Falsch. Okay. Holzhammer war doch Holz und, äh, Seil, ne? Ah, und zwei Steine. Nö, dann nehme ich erstmal die Hammer. Hammer? Ja. Ja, 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 ja. Das war zu hoch. Naja, an sich nicht. An sich nicht. Ich wollte nämlich die hier mit hochnehmen noch. Ach, hätte jetzt natürlich klappen können. Hätte natürlich klappen können. Ah, in der letzten. Ah, ich wollte hier gucken. Nö. Kann ich jetzt eigentlich über die Bäume gucken, oder? Ah, nee. Ah, ja, ist ja noch kein Stockwerk höher. Woodcontainer. Okay. Ja. Ob ich es jetzt hier so offen lasse, das weiß ich echt noch nicht. Wenn ja, werde ich wahrscheinlich diese Wand auch wieder weg machen. Das weiß ich noch nicht. Weil eigentlich will ich ja noch, vielleicht ein bisschen höher bauen noch. Gut, das, was ich jetzt hier gerade gemacht habe, war eigentlich gar nicht geplant. Aber ist noch alles in der Zeit. Ist noch keine 22 Uhr. Ich könnte hier auch mal wieder alles ernten, aber ach, hab genug. Ah, nee, der Spiegelgarn. Ich werde hier alles mal trotzdem ganz kurz nicht direkt ernten. Ich will es nur kaputt machen, sag ich mal. Damit es hier liegt und neu respawn kann. Ich werde es dann einfach mal aufsammeln. Vielleicht, wenn ich das dann nochmal mache. Ich weiß, normalerweise mache ich sowas nicht. Weil wenn, dann soll es auch wieder schick gleich aussehen und nicht hier alles rumfliegen haben. Ah, ich ziehe gar nichts. Ah, ist das schon wieder nachgewachsen? Nee. Der liegt. Die stehen. Die stehen aber alle. Die stehen tatsächlich. Geil. Und genau bei diesen Dingern habe ich ja gehofft, dass man dann die einpflanzen kann. Habe ich nicht dabei? Nee, natürlich nicht. Aber es geht leider nicht. Habe ich schon ausprobiert. Oh. Hä? Ist er nicht weggepackt, ne? Ach ja, ich habe ich ja... Ja, du warst ja... ...über... ...überflüssig. In der Mitte war ja eigentlich nichts. Hier war mal Stein auf jeden Fall zum Abkloppen. Ich glaube halt... ...nicht, dass die hier... ...respawnen wieder. Oh, ist ja ärgerlich. Genau wie die Kartoffeln und sowas. Als ob die Pflanze dann instant so... ...weg... ...kaputt... ...irgendwas ist. Schon echt schade. Ja gut, äh... ...wurde es doch nochmal eine ganze Folge. Oh. Oh, Alter Schwede. Ist das richtig ein Ding? Also so ein kleines Haus, so mit... ...neuen Platten unten. Das ist... ...superschnell gemacht eigentlich. Okay, wie der Treppe sieht von hier richtig, richtig scheiße aus. Die hätte vielleicht auf die andere Seite gemusst. Weil es gibt keine Mitte von dem Haus. Naja, egal. So. Jetzt reicht's wirklich. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniere mich, gib da oben und schreib den Kommentar, ...if euch das Video gefallen hat. Tschüss.